Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder Matze und willkommen zu einem neuen Summoning Video. Ich werde heute wieder mein Glück versuchen und mich an dem Super Saiyan Rose Banner versuchen. Es gibt zwar leider keinen Free Multi mehr, aber das ist egal. Ich will unbedingt Rose haben. Weil, er sieht doch einfach zu krass aus. Ich will ihn einfach haben. Ganz ehrlich, ich will ihn einfach haben. Und, na gut, Wuhan würde ich mich auch mega darüber freuen, weil sein Awake Deform, dieses Artwork, sieht einfach so mega aus. Okay, Omega Shenron haben wir schon bekommen. Ist jetzt nicht unser Ziel. Wuhan, 5 Roli würde ich auch nehmen. Zamasu auf jeden Fall auch. Haben wir auch schon bekommen. Und ja, Golden Freezer würde ich auch nehmen. Das ist der Buff Buu. Den würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Also, uns fehlen auf jeden Fall noch einige Charaktere hier in dem Banner. Und, ich wollte gar nicht lange drum herum reden. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Multi. Let's go! Komm, bitte! Ich will noch! Sei fair zu mir, lieber Dockland-Gott. Sei fair zu mir. Oh. Das Plan... Oh. Fünf Raumschiffe. Und Rainbow. Ist er das? Ist das der Multi, der uns glücklich macht? Ist das der Multi? Bitte. Super Saiyan 2. G3, G3. Mal wieder nicht. Okay. Was haben wir? Wir haben... Äh, Raditz. Nappa. Okay. Komm schon, ich hab im Gefühl, dass wir was Gutes ziehen. Ich spüre das. Ich spüre das, dass wir was Gutes ziehen. Ja, bis jetzt sieht's mau aus. Doch, doch, da kommt noch was. Da kommt noch was. Heute ist der Tag, an dem ich glücklich sein werde. Ich spüre es. Okay. Ich kann mich natürlich auch irren. Oh, Double Guido. Oh, es ist er? Echt, jetzt? Wirklich, jetzt? Wow. Wow. Und schon ist meine Euphorie wieder dahin. Oh, Mann. Und ich hatte so ein gutes Gefühl. Okay. Okay, wir haben noch zwei Multis. Wir haben noch zwei Multis. Wir haben einen SSR. Nein, wir möchten jetzt nicht den Scheiß hier. Multis Nummer zwei. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh Gott, ich will einfach Black Rosé haben. Super Seiden. Oh Gott, ey. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich Summonings mache. Es ist immer die Hoffnung, da einfach was Krasses zu ziehen. Aber meistens zieht man ja eigentlich nur scheiße. So wie jetzt hier gerade. Ja. Die Androids sind... Man zieht so massig Androids in den Banner. Das ist unglaublich. Toow, bye, bye. Mann, Nappa, verpiss dich doch aus meinem Scheiß-Banner hier. Ganz ehrlich. Oh Gott, Alter. Noch mehr Androids. Ja, warum nicht? Seit ich das hier schon sieben mehr Jahren C-17 gezogen habe. Noch ein Android. Na klar. Oh Gott. Ah, ich glaube, der Multi ist nix. Das heißt, wir haben noch ein Multi. Ja, das war's. Wow. Wow. Yeah, endlich. Endlich habe ich C-17 bekommen. Yes. Gott, ey. Ein Multi noch. Oh Gott. Ich glaube dran. Ich glaube dran. Wir machen es. Jetzt wird er sich zeigen. Ich bin fest überzeugt. Ich bin fest überzeugt. Komm. Komm. Ich möchte nicht wieder die ganzen Storms und Sons gefarmt haben. Wir haben bis jetzt nur diesen verkackten Bull bekommen. Und der... Ein Raumschiff, das heißt... Okay, all the rainboard instant. Super Saiyan. Oh Mann, ich bin schon wieder so frustriert. Ich bin einfach so fucking frustriert. Kein Super Saiyan 3. Warum sollte er auch kommen? Hauptsache meine Freunde sagen immer Du hast eh immer Glück. Du riechst alles, was du willst. Ja, ich sehe, wie ich alles kriege, was ich will. Nämlich gar nichts. Kommt wenigstens noch irgendein SSR, den ich gebrauchen kann. Oh Gott, ey. Da kommt doch wieder nix. Ja, klar, Freeza. Wow. Hey, Freeza. Ich fass es nicht. Ja, ich glaube, das war's. Da wird nix kommen. Das war's. Wir haben nichts bekommen. Nur einen verkackten Bull. Ich glaub's nicht. Sechs Multis. Okay, wir haben Omega Shen 1 bekommen. Welchen ich auch wirklich gebraucht habe. Welche auch ein Gottleader ist. Und der auch echt nützlich ist. Aber jetzt wieder drei Multis. Nur scheiße. Und da soll mir jetzt noch mal irgendjemand sagen Hey, manche, du hast immer Glück. Du ziehst alles, was du willst. Sag euch nur eins. Fickt euch. Und ihr wisst ganz genau, wenn ich euch anspreche. Ihr wisst, wem ich meine. Die Leute, die ich anspreche, die wissen's. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Die Tage wird auf jeden Fall noch ein Summoning-Video kommen von meinem Global-Account. Da versuchen wir Gotenks zu ziehen. Da haben wir dann nur zwei Multis. Ach, vielleicht haben wir ja da ein bisschen mehr Glück. Auf meinen Global-Account hatte ich bis jetzt eigentlich immer mehr Glück. Und ja. Ich bin frustriert. Ich beende das Video jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also, grind.